Wer will, dass Allah seinen Lebensunterhalt, sein Alter und seine Nachkommen segnet, sollte seine Verwandtschaftsbeziehungen pflegen. Leider ist die traurige Erkenntnis, dass die Familien zerrüttet sind. Jeder verbirgt sich in seinem Zimmer. Der Sohn in seinem Zimmer, hinter verschlossener Tür. Headset am Ohr, FIFA am Start, Online-Game. Die Tochter in ihrem Zimmer. YouTube und Instagram. Freundinnen auf FaceTime. Die neueste Mode und Schminke. Andere Familienmitglieder sind vertieft in türkische, afghanische, indische oder iranische Serien. Im besten Fall sieht man sich kurz beim Begrüßen und Verabschieden. Den Rest des Tages ist man hinter verschlossenen Türen und wehe, die Privatsphäre wird gestört. Keiner kennt die Sorgen des anderen. Niemand redet miteinander. Dabei hat die Verwandtschaftsbande eine so hohe Stellung im Islam. Ein anderes Phänomen, was sich bei den Muslimen einschlägt, ist, dass die Kinder ihre Eltern im Altersheim unterbringen. Karriere und Arbeit lassen keine Pflege zu. Allahu Akbar. Der Islam hat ihnen einen Stellenwert gegeben. Wissen wir das denn nicht? Allah subhanahu wa ta'ala, der erhaben hat, befohlen, sie zu ehren. Vor allem, wenn sie älter sind. Sogar ein Uff ist uns verboten. Wie kommen wir dann darauf, sie in ein Heim zu bringen? Geld ist Fitna. Sobald Geld im Spiel ist, sind Familien zerstritten. Jahrelange Kontaktlosigkeit. Sei es durch das Erbe von Land und Boden in der Heimat oder das Erbe der Eltern an die Kinder. Probleme, die der Islam geregelt hat, damit kein Streit entsteht. Dennoch haben Familien jahrelang keinen Kontakt zueinander. Die Familienbande ist ein Fundament für eine islamische Erziehung der Kinder. Erst durch regelmäßigen Kontakt und konstruktive Gespräche können Probleme, Kummer und Sorgen beseitigt werden. Geborgenheit geschafft und ein Zusammenhalt gewährleistet werden. Gerade in Zeiten von Kopftuchdebatten, die Kritik an islamischen Werten und anderen Themen, die das Leben der Muslime erschweren, ist es enorm wichtig, darüber zu reden. Im Speziellen mit der eigenen Familie, um sich gegenseitig zu unterstützen. Um auch gemeinsam Lösungen anzubieten, um die islamische Identität zu schützen. Richtig, der Islam ist unsere Identität. Auch wenn wir in Europa leben, so halten wir fest an unsere Werte. Nicht nur in den Moscheen, auch zu Hause und in der Öffentlichkeit. Abu Hurayda berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Wer an Allah und an den jüngsten Tag glaubt, soll seine Blutsverwandtschaft pflegen. Besucht und fragt nach den Verwandten. Heutzutage ist man ausgestattet mit allerlei Technik. Ein Anruf an deine Tante, an deinen Onkel, deine Oma oder Opa erfreut ihre Herzen. Besucht einander, führt konstruktive Gespräche und spricht islamische Themen an. Belast es nicht nur bei den Eidbesuchen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in unzähligen Eier darauf hingewiesen, die Verwandtschaftsbande zu pflegen. Sie ist enorm wichtig. In jeder Familie gibt es Probleme. Die Probleme werden aber nicht dadurch gelöst, indem man sich meidet. Die Familienbande ist eine Gnade Allahs an uns. Der Mensch ist ein soziales Geschöpf. Er bedarf der Kommunikation und dem Umgang mit Menschen. Umso schöner ist es doch, wenn der Gläubige seine Sorgen teilen kann. Und dies an erster Stelle mit der Familie. Sie sind für einen da, wenn man sie braucht. Und haben immer ein offenes Ohr. Gerade in der heutigen Situation, in der wir uns befinden, muss der Zusammenhalt stark sein und auf islamischen Fundamenten aufgebaut sein.